Holen wir uns unser nächsten Schatz, ich habe keine Ahnung was das ist, ich habe keine Ahnung, okay, es ist sehr kalt hier drin wie es aussieht, aber kleiner, ui, Link, hallo, ah, da haben wir irgendeinen Krug eingefroren, oh, Pfeile, Pfeile und Mana, das ist ja ein Geschenk, dann hole ich mir das ja auch gerne, ne Fee, okay, 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 eine Fee, ich kann schon, Moment, ich habe, äh, zwei Fee, okay, zwei Flaschen, zwei Fee, alles super, und da ist der Schatz, ich sehe den Schatz schon, nur langsam, ah, wird die Zeit knapp, ach du Schande, Oha, Link, Link, vorsichtig, okay, okay, alles cool, wir sind beim Schatz, wir haben ihn, aua, okay, Schatz gefunden, danke, puh, und es heißt, du hast die Eisenstiefel gefunden, es sind, sie sind so schwer, dass jeder Schritt zur Qual wird, aber damit trotz du selbst der stärkste Orkanböhe, Das ist ja cool, habe ich gar nicht gewusst, dass die hier auch gibt, können wir hier lang, wir hätten, ich da lang gehen können, dann komme ich dir wieder hoch, hier, und dann, aber, was willst du machen, äh, komme ich dir wieder hoch, es ist so, man sieht hier drin einfach kaum was, hallo, ich weiß nicht, ah, okay, mit der Fleischpeitsche kommen wir hier raus, Nein, können wir das einhermeln, ja, ich habe Futter verschwendet, verdammt, 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 wiii, ähm, Frage ist, wo schwinge ich mich jetzt hin, oder müssen wir einfach nur, Moment, Link, Link, ZR, anhalten, und hochklettern, vielleicht, bringt's das ja, hä, oh, du bist, was bringt mir das, ich komme da hoch, und dann, ist da noch einer, ja, ja, Glückwunsch, also nochmal da hoch, na, kommst du da hoch, Link, du hast doch, eben gerade, einmal, drehen, 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 komm schon, ich, soll ich denn da hoch, Link, manchmal, ne, manchmal, da denke ich auch echt so, du bist, hängen geblieben, okay, dankeschön, Link, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder rauskomme, aber hey, immerhin schwinge ich mich ganz lustig durch die, ganz lustig durch die Gegend, was zur Hölle soll das, Link, was tust du, Juno, was tust du, was bringt mir das jetzt, dass ich hier hochkomme, wieder nichts, ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme, oder ist da unter Wasser was, natürlich nicht, wir können ihn mal anziehen, boom, 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 holy moly, komm mit damit da hoch, die sind schwer, Respekt, an Link, dass er da einfach so hochkommt, jetzt auf einmal traust du dich da hoch, ist klar, jetzt stehe ich da natürlich wie ein Depp da, nur weil du hier nicht das machen wolltest, was ich von dir erwartet habe, okay, alles cool, ach, da war ein Wind, da war ein Windsturm, den habe ich nicht gesehen, okay, wieder draußen, roter neuen König, alles ist gut, wir haben alles, was wir brauchen, das heißt, wir können nun aufbrechen, und endlich das Master Schwert verstärken, dafür ist der Weg hier unten, äh, äh, neuen König, ich bin wieder da, ich habe alles, was wir brauchen, so, dann, äh, wollen wir mal Karte, wir müssen jetzt nach da unten, das heißt, wir teleportieren uns erstmal, können wir uns dann teleportieren, ich weiß es gerade gar nicht, jetzt gucken können wir nicht, doch können wir, stimmt, das ist, äh, unser Zuhause, das heißt, Preludien, ganz einfach hinter, und dann, äh, können wir nicht diesen blöden Stein da wegräumen, den wir beim letzten Mal nämlich nicht wegräumen konnten, der jetzt alles versaut hat, gut, Wind, äh, weht nach da, ich muss aber in die andere Richtung, danke, das heißt, äh, wieder einmal, äh, Lied spielen, so, so ist es, äh, richtig, hui, huiuiui, das ist echt nicht einfach, es ist kein schwieriges Zelda, das auf keinen Fall, aber trotzdem ist es irgendwie, extrem anstrengend, aber mal schauen, du 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 wir waren ja schon auf der insel von daher ist es nichts neues für uns wir wissen was zu tun ist aber wir wissen nicht was uns da drin erwartet war es die insel da hinten oder war es die große ich glaube eher die oder ich weiß das nicht ich hab alles vergessen das könnte die sein könnte aber auch die andere sein ist die die große auf der großen insel gibt es große schätze ist aber auch ein großer berg muss man sagen ich habe jetzt schon angst was uns da drin erwartet es kann nichts gutes sein immerhin wird dann das master schwert verstärkt erstmal Musik aus Link an Link ganz ruhig diesmal sind wir hier ein bisschen richtiger als beim letzten Mal und können den Stadion wegräumen rein da Leute wir lernen ein neues Lied ich schreibe mir das einmal kurz auf unomento ich will nämlich nicht wieder irgendwelches Gefälle hier haben nach rechts nach links und nochmal in der Mittelposition gut dann wollen wir erstmal lesen dort sind Zeichen welche Richtungen anzugeben scheinen Moment Mann! Nochmal, hallo! Jetzt aber! Yeah, du hast die Hymne des Terra-Gottes erlernt! Okay, was bringt uns die? Trifox-Action, Leute! Wow! Vom Master Schwert aus Erwählter. Mein Name ist Lard. Ich bin der Weise vom Volk der Zora, der seit langer Zeit hier in diesem Terra-Tempel seine Gebiete darbringt, um dem Master Schwert die Stärke zu verleihen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Tragischerweise hat das Master Schwert, das du mit dir führst, durch die Intrige Garnendorfs diese Stärke bereits verloren. Als Garnendorf, der vom Helden der Zeit niedergerungen wurde, erneut in Hyrule zum Erleben erwachte, griff er diesen Tempel an und nahm mir das meine, auf das die Stärke des Master Schwertes schwinden würde. Um dem Schwert nun wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen, bedarf es eines Weisen, der anstelle meiner in diesem Tempel hier seine Gebete darbringt. Eines Weisen, der meiner Blutsnachfolge antritt und der dieses heilige Instrument zu spielen vermag. Da fällt mir doch sofort einer ein. Zeitalter vergehen, Generationen lösen sich ab. Aber das Schicksal wird durch das Blut weiterhin überliefert und fließt noch immer durch jemandes Adam. Das Lied, das du gerade angestimmt hast, wird dieser Person wieder das Lied in Erinnerung rufen, was dem Gott dieses Tempels darzubringen ist. Und es wird ihr auch wieder ihre Bestimmung als Weiser ins Gedächtnis rufen. Dieses Lied lässt sich nur durch das Lied dieses Weisen öffnen. Das ist also das Lied, was wir mit Melody spielen sollen. Ah, ich verstehe. Meine besten Wünsche begleiten dich. Okay, das heißt, bevor wir zum zweiten Ort gehen, an dem wir unser Master Schwert verstärken sollen, geht's erstmal zu Melody. Und wir zeigen, was ihre wahre Bestimmung ist. Leuen König, beziehungsweise König von Hyrule. Wir haben da ein paar schöne Informationen. Ähm. Melody, wo haben wir sie denn? Die haben wir doch da oben in Draconia. Flieg, kleiner Link, flieg. Flieg. Es wird Zeit, jemandes Schicksal zu offenbaren. Wui. Und hier tönt immer noch der Schatz. Der sehr nahe ist, möchte ich sagen. Aber die Musik wäre mir viel besser. Du. So. Einmal wieder nach oben. Kennen wir alle schon. Wir sind denn nicht zum ersten Mal hier. Da ich das Blatt nicht ausgerüstet habe, laufe ich jetzt einfach hier hoch und, äh, ja. Tingle mich da an der Wand lang. Mit links scharfsinnigem Blick. Wird das doch gar kein Problem sein. Das ist kacke, wenn da zwei Musiken übereinander übertören. Aber die coole Musik von Draconia. Und die Harfe von Melody. Von der Weisen des Terra Tempels. Die wir nun erfahren haben. Die gerade genau über uns war. Aber interessant. So ein junges Mädchen. Und schon weise. Mal gucken. Hallo. Hier bin ich falsch. Ich, äh, weiß das. Da bin ich richtiger. Hallo. Melody. 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 Äh. Achso, zum Glück. Ich hab ja den Greifhaken ausgerüstet. Melody. Ich hab da, äh, mal ein Lied mitgebracht. Hallo. Hi. Da bist du ja Pui. Wo warst du denn? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Aber für mich ist dieses Instrument wirklich von schicksalhafter Natur. Es war dieses Instrument, das mich dazu angehalten hat, den Weg als Maid einzuschlagen. Komische, äh, Komoris Großmutter war meine Lehrmeisterin. Schon alleine um sie zu ehren, muss ich schnell eine gute Maid werden und dem Gemeinwohl dienen. Lass uns mal Musik spielen. Lass uns mal Musik spielen. Welches Stück werden wir spielen? Ein sehr, sehr schönes und, äh, für mich sehr neues. Lass uns zusammen spielen. Ich bin gespannt. Wirklich ein eigenartiges Lied. So merkwürdig, als klingen, es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendwas. An etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Oh, was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Armer Komori, armer kleiner Komori